Was war das gestern nur? Was war das bitteschön? 32.000 Euro sind geschafft für Malte und 3 Jokers sind mit einer Frage flirten gegangen. Hätte das alles passieren können, wenn wir es anders gemacht hätten? Das wissen wir nicht. Also eigentlich was wir wissen, die Show must go on. Let's play, wer wird Millionär? So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? Die eigentlich bestimmt noch besser werden, nachdem was wir gestern erlebt haben. Ey Malte, willkommen zurück. Also ich habe, also naja erstmal Hallo zusammen und ich habe jetzt jeden einzelnen hier im Publikum überprüft über Wissen. Aber ich habe ja keine Joker mehr. Was mich aber tierisch ärgert ist, das Publikum war Anfang November, stand es nicht hinter mir und es hat auch falsch geantwortet. Und was war gestern? Also heute ist hier ein intelligentes Publikum. Die stehen alle hinter mir und die sind perfekt. Für diejenigen, die es vorgestern nicht gesehen haben heute, es ging mal einer Frage darum, was den Boden fruchtbar macht. Er hatte von Anfang an die Idee gehabt, es muss Antwort A sein. Wir nehmen des Publikums Joker. Es kommen B und C als Ergebnisse raus. Mit mehr als zwei Drittel ein Drittel. Wir nehmen 50-50. B und D fliegen raus. Bleibt noch C mit 20% und A mit 5% stehen. Wir nehmen Zusatzjoker, der sagt wiederum A, was seine Meinung war. Und wir nehmen die Antwort und es war richtig. Deswegen sind jetzt alle Joker perdu. Jetzt nehmen wir die X wieder weg. Nein. Und dann können wir weiter machen. Das kriegen wir auch so hin. Wir schaffen das. Die nächste Frage für 64.000 Euro. Viel, viel Glück. Glaub an dich, das schaffst du. Die Frage lautet. Selbstvertrauen, ich höre schon. Die Frage lautet. Wer wurde bei Oscar Verleihungen insgesamt 26 Mal ausgezeichnet und ist damit Rekordhalter? Orson Welles, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock oder doch Walt Disney? Irgendwer erkenne ich die Frage da. Also ich nehme hier den Zusatzjoker. Nein. Der hilft mir bestimmt. Wie sehr hat keiner diesen Ruf gehört? Na dann. Da musst du alleine durch. Überlegen wir mal. Überlegen wir mal. Welch wer... Blablablabla... Wer wurde bei Oscar Verleihungen insgesamt 26 Mal ausgezeichnet und ist damit Rekordhalter? Ja. Das war die Frage. Frechleckten. Ne, diesen kann er auch noch. Naja. Für mich würde jetzt nur Antwort D. in Frage kommen. Also würde ich jetzt so sagen, das könnte sein. Könnte es natürlich auch nicht sein, aber das ist jetzt wildes Gerate und gezockt. Erre das. Du hättest ja eben schon mal richtig gelegen, in diesen letzten Folgen. Ja, erinnere mich nicht immer dran. Entschuldigung. Wenn das Publikum nicht so abgest... Ich habe eher so das Gefühl, das Publikum will nicht, dass ich die Million kriege. Das sei mir einfach nicht gegönnt. Das habe ich eingesehen. Danke. Gerne. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mal die Million gewinnen soll. Wer weiß, was da dann ist. Die würden es dir bestimmt alle gönnen. Die würden es dir bestimmt alle gönnen. Die würden es dir bestimmt alle gönnen. Also ich riskiere jetzt und zocke D. Walt Disney. Danke. Ja? Letzte Antwort. Das kommt mit Elan. Mal gucken, ob ich diesen Elan rauben kann. Gut. Zef. Charlie Chaplin könnte es auch sein. Ahhhh... Du hast schon eingeloggt.... Das ist das Problem! Hehehehe. Ahhhh... Insgesamt... Zeigts nochmal ausgezeichnet... Und damit Rekordhalter.... wurde... Hai! Jaaa WALT DISNEY WUHU WUHU Ganz gut sein, ganz gut sein Der Schrei kommt erst später wieder Ne ne, ja, ne Ich hab was aufs Lager, also Siehste, noch läufts gut Jetzt kannst du mir das Bild gerne schicken Weil es ist ja eine Frage weitergekommen Ja, ne Erst wenn ich bei der Million stehe Dann ist alles gut Dann darfst du alte 4 drücken Jaja Nächste Frage 125.000, sie lautet Ja Ja Welcher Schädling treibt in unseren Breiten sein Unwesen? Ich glaub das könnte Rettichentchen Möhrenganter Spargelhähnchen Salatpuder Klingt alles irgendwie lecker Ja Ja Aber Ich meine es wird sehen Weil ich die Frage irgendwie schon mal gehabt habe Hm Oder so Wie oft hat mir das denn schon gehabt? Mit deinem Selbstvertrauen Ja, weiß ich Oder so Ich kann doch der Salat Oh mein Gott Du verunsichert mich Obwohl du nichts tust, aber Ja Dann verunsichere ich eben noch mehr Frage 7 Okay, aber fragen ob ich sicher bin Ja, wir nehmen das Letztes Wort Ich bin schon wieder Ich bin schon wieder in diesem Fluss Das ist Wahnsinn Ist das ein letztes Wort? Sag ja und ich schlag's ein Ja Ja Du hast gesprochen Nein 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 Das gesuchte Tier zählt von mir der Blattkäfer Ich will das nicht wissen Aha Es ist Naja Es ist Es ist klein Es ist meistens Schwertisch Dunkel teilweise auch freundlich Und Lateinischer Name ist Crioceris Asparagi Oder zu deutsch auch Das Gemeine Spargelhähnchen Nein Nein Willkommen zurück Nein Ich will das nicht Ich will das nicht Ich will das nicht Willkommen zurück Zuhause Nein Jetzt darfst du mir das Bild aber schicken Ja mach ich Warte Halt Stopp Da sieht's nicht ganz so schlimm aus Gesungen Marvin Du wirst wissen warum es so lustig ist für uns gerade Das wirst du aber erst nie so voll gewesen wenn du es anguckst Hehehe So So Wie sind die Skizze denn Hm Hast du? Stopp So Machen wir weiter Ist ja erst 3 Wochen her 500.000 Euro Frage Und diesmal geht es ohne gute Fragen sogar soweit durch Und vor 2 Wochen Die Million Das kann nur besser werden jetzt noch Diese Season hat's in sich 500.000 Hier kommt die Frage Schillers Drama Don Carlos Beginnt mit einer Unterredung zwischen dem Titelhelden und Luciano Pavarotti Placido Placido oder Domingo 500.000 Euro Jetzt bin ich gespannt was du jetzt noch aus dem Ohr zu baust Schlimmer geht immer Lass dir alle Teil der Welt Ne Je schlimmer wär's Das hast du eben auch gedacht Du hast eine Antwort gesagt Dann wurdest du immer unsicher Je menschen Quatsch wissen sie je stiller ich war Und dann ganze Kliff war's doch gelockt Eingelockt besser gesagt Vielleicht A Oder B Luciano oder Pavarotti okay Weißt du's? Weißt du's? Ich hab ne vage Vermutung Ne ganz vage aber Ha Ha Ah Na weh Was tun wir? Das ist doch Das ist doch Schöneres Drama he Beginnt mit der Eltern Wumm 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 Pfff Ich will nicht aufhören Das glaube ich dir Das glaube ich dir sofort Ich bin so ehrgeizig Und nehme jetzt Ah Letztes Wort Ernsthaft? Okay Du hast letztes Wort gesagt Das heißt es ist drin So oder so Boah Boah Alter Ich bin sehr gespannt Oh 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 Vier Fragen hast du jetzt schon Glück gehabt am Stück Jetzt konnte ich 500.000 Euro fragen. Weißt du, jetzt? Alle 14 Tage, nee, nicht alle 14 Tage. Das wäre dann jetzt schon die dritte Million Frage in diesem Monat. Das wäre tatsächlich so, ja. Aber irgendwie ist das auch fast schon witzig, weißt du? Das glaubt mir doch keiner, wenn ich jemandem das erzähle. Wie sicher warst du dir überhaupt bei der Antwort? Wie sicher warst du dir? 60 zu 40. 50 zu B oder was? Lass mal hier mal zappeln oder lösen wir es auf. Also, ich habe genauso nicht eine Ahnung wie du. Ich hätte nämlich auch entweder A oder B gesagt lustigerweise. Weil C und D klang für mich nämlich nicht so super. Das kann ja gut sein. Das könnte. Wir lösen es mal auf. Das Dramaton Carlos. beginnt mit einer Unterredung zwischen den Titelhelden und Domingo. Das tut echt weh. Aber das ist das Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Du hast ein gutes Spieltausel abgeliefert, auch wenn es nur 500 Euro geworden sind. Das war trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Willst du es nochmal wagen? Oder soll ich die Folge füllen? Ich mach gerne nochmal. Gut, dann. Das war jetzt ein Schock. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. In einem Moment reich, im nächsten Moment 500 Euro. Und das können wir aber nochmal ein bisschen besser hinbekommen mit dieser Aufgabe. Bilden Sie den Namen einer europäischen Hauptstadt. N-B-N-E-R-B. Bär-N-E-R-N-E-B-E. Ja, verstehe ich, was du sagen willst. Wie viele Minuten hab ich noch? Ähm, eigentlich nur 10. Na, dann muss ich mich aber eilen. Es sei denn, du machst... Wir können ruhig 7 Minuten überlänge machen, das ist kein Thema. Aber solltest du... Soll ich merken, du kommst gut voran, hast du Jogger genug gehabt und wir beginnen die nächste Woche. So, Bärn war die Hauptstadt, die gesucht war. Und am schnellsten war Spieler Nummer 6. So, Bärn war ein bisschen Tempo hier reinzubringen. Das muss schon mal nötig sein. Gut, ich mach... Spitzfrage... 7 ohne Jogger. Mit 4 wieder? Ähm, ja. Gut, was geht. Womit muss sich jeder Schauspieler eingehen? Womit beschäftigen? Mit Handstand, Spagat, Flickflag oder Rolle? Rolle. Jawohl. 100. Wofür wird man im Straßenverkehr durch ein entsprechendes Gefahrzeichen gewarnt? Mangelzone, Schleudergefahr, Bügelstelle... Schleudergefahr B. Jawohl. Was findet man mit dem Namen Charlie Chaplin? Also wieder. Joystick, Deo-Stick, Memory-Stick, Slap-Stick. Ähm... Geht ja gut los. Äh, 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 äh... Es ist jetzt gerade so eine kleine Bremse. Ich war zu schnell, nämlich eben. Äh, das... Slap-Stick, Deo. Oder? Ja oder ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also ja, oder was? Ja, 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 ja. Ja, 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 okay, ja, Deo. Slap-Stick. Es war gerade rot, deswegen musste ich ein bisschen bremsen. Jetzt ist es wieder grün. 300. 500. Aber der Nesch, Sarg und Herm gehören zu den? Kannamöhrin, Kannabohnen, Kanaerbsen, Kana-Inseln. Linse... Äh, ich hab's falsch vorgelesen. Die Kanaal-Inseln. Ja, das heißt, die Kana-Linseln, ja, ja. Das war einfach. 500. Was macht der Kunde schon mal in der Gemüseabteilung? Startexamen, Reifeprüfung, Speichelprobe, Idiotentest. Äh, Reifeprüfung. Dankeschön. Äh, noch drei. Kriegen wir alles hin? Ja, ja, alles ist möglich. 1000. Worauf sollte, ging jetzt nach Friedrich Merz, wenn der vereinfachte Steuererklärung passen? Briefmarke, Visitenkarte, Bierdeckel, 10 Euro-Schein. Worauf sollte? Eine vereinfachte Steuererklärung. Die Frage lief in der Sendung schon, das weiß ich. Ich mein, mich sogar daran erinnern zu können, aber hab grad nur so eine halbe Anerkennung. Bierdeckel. Ja? Weil. Was, weil? Ja. Ja, weil, ja. Nee. Richtig. 1000. 2000, noch ohne Joker. Boah, da ist der Gelb auch wieder drin, egal. Jetzt fertig. Völlig normal ist das, wenn ein Baby ein paar Tage nach ihrer Geburt 10 cm kürzer geworden ist, weniger wiegt, die Milchstelle... Ja? Jo. Und er ist wieder am Lauf. Das ist der Dank dafür, dass meine Schwester ein Kind liebt hat. Der kam gerade. Und sie, der das noch erzählt hat und gesagt hat, das ist normal. Siehste? Wir haben alles gelernt. 4000, immer noch alle Joker da. Für welche Organisationen lassen sich Prominente lieber nackt als im Pelz ablichten? Dieter, Günther, Peter, Walter. Ja. War das die Peter? Nein, das wäre die Peter, C. Einloggen? Ja. Jawoll. Hallo? Alter, was ein Marsch. Acht Fragen in fünf Minuten. Naja, es läuft. Achtausch. Du kannst dich das selber, wenn's läuft. Was läuft von April bis September unzählige Touristen, Freitags ins Nord-Holländische Alkmaar. Tulpenmarkt, Käsemarkt, Matkismarkt, Handmarkt. Das ist doch auch wieder eigentlich ganz... Ja, Holland würde ich jetzt sagen Käse. B. Letztes Wort? Könnte ja natürlich auch total verkennt sein, aber ja, B. Letztes Wort? Ja. Der Käsemarkt. Und? Ach, das ist wieder richtig. Alter. Wir holen gerade die ganze letzte Folge auf. Das macht nichts. Tempo, Tempo, Tempo. Das bleibt bei dir besser zu klappen irgendwie. Je weniger du denkst, desto besser läuft es bei dir. 16.000. Bloß nicht stoppen. Palmen haben in der Regel keine. Ja, toll. Äste, Blätter, Wurzeln, Stämme. Das ist... Blätter haben sie, ja. Wurzeln auch, sonst können sie ja Stämme... Ich glaube auch. Ah, Äste. Letztes Wort? Ja. Dann nehmen wir das. Das ist Wahnsinn. Echt, Hammer. Weiter geht's. Unglaublich. Wie weit konntest du mir jetzt eigentlich folgen? Wärst du auch so weit gekommen? Lustigerweise wird es jetzt... Ja. Noch sind wir gleich. Ja, noch sind wir gleich. Aber da gibt es bestimmt gleich. Bild, 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 Bild. Bild, stimmt. Ah. Du bist der Wahnsinn. Wir sind bei 21 Minuten. Wir machen die Folge in Überlänge, mein Weg. Das ist mir scheißegal. Da ziehen wir sowas. 32.000. Bereit? Ist das Bild gemacht, Markus? Weiter geht's mit der Frage. Laut Sendetitel tagt das Philosophische Quartett, das TDF, im Glashaus, im Elfenbeinturm, am Stammtisch oder am Kamin. Erste Frage, ein Haar. Ich bin erleichtert. Schisse. Irgendwas habe ich doch neulich noch über das Philosophische Quartett gelesen. Ich sag mal so, die Lage sieht jetzt ganz anders aus, mit allen vier Jokern. Also im Elfenbeinturm, nein. Das glaube ich nicht. Am Stammtisch. Das hier könnte ein Speedrun werden, wenn das weitergeht. Das Problem ist, ich tendiere ziemlich stark zum Glashaus. Ganz stark. Ganz stark. Was tun wir? Die erste Frage, die Ihnen da stoppt. In dem Glashaus A. Du hast noch nicht gesagt, letztes Wort. Letzte Antwort A, Glashaus. Glashaus, laut Sendetitel, Tag, das Philosophische Quartett des ZDF, im Glashaus. Weil Amtkamin, ja. Glashaus. Letzte Antwort A, jetzt einloggen. A einloggen, letztes Wort. Im Glashaus. Ach ja, ich hab ja noch Joker. Du hast noch alle vier gehabt. Jetzt hast du natürlich ein Problem, eventuell, wenn es falsch ist. Du warst so gut bis hierhin. Geht's noch weiter mit dir? Herra! Wir lösen auf. Das Thilosophische Quartet ZDF- Tag im... Oder am... Glashaus! Yes, chef! Es ist unfassbar! Es ist unfassbar! Was machst du mit mir hier? Das ist die beste Runde! Seit... An allen Zeiten. Jetzt muss ich aber doch fies werden, weißt du? Ich könnte jetzt die Folge natürlich cutten, die Spannung bis Montag halten. Das machen wir nach der nächsten Frage, eventuell. Wo kommt ein Zestenreicher zum Einsatz? In der Küche, im Acker, im OP oder im Zirkus? Oh man, nö. Wie oh nö? Ich hatte eigentlich... ...gedacht, das wäre einfacher, aber... Für 64.000 ist es natürlich... Zusatzjoker, Publikum, Telefon, 5050. Alle Möglichkeiten sind dir offen. Zusatzweise ist in jedem Fall, Publikum haben wir eben schon gesehen, jetzt was läuft. Telefon könnte eh kritisch werden, 5050 weiß, wer dir nicht. Wir nehmen... Fangen beim Hilfsreifsten am besten an. Die beste Regel für dieses Spiel ist Joker einsparen. Wir wissen ja, wer die, wer meistens immer die Frage beantworten kann. Der Zusatzjoker. Nehmen. Also der kann ja eh ja was beantworten. Ja. Also holen wir den. Ja, wir nehmen... ...telefonjoker. Ernsthaft? Okay. Ja, der N.H. bringt ja eh nix. Vielleicht bin ich auch jetzt schon nix mehr, wir werden mal sehen. Telefon. Das macht ja nix. Wer weiß. Ich hab gute Joker. Eins, zwei, drei. Ne, der mit zwei. Hat schon immer geklappt. Wie klappt das auch. Der weiß das. Jetzt bin ich gespannt. Der weiß das. Du machst mir langsam echt Sorgen in diesem Spiel. Der weiß das. So, wir kommen jetzt noch zum Einsatz. In der Küche, im Acker, im OP oder im Zirkus. Was sagt der? Ihr könnt zur Antwort ausschließen. Selbstverständlich sind Sie sicher, dass es Antwort A oder B nur sein kann. Und... ...stärkere Tendenz geht zu was? Zu Antwort A. Aber B ist auch unmöglich. Mein Küchenexperte hat geantwortet und wir nehmen in A. Letztes Wort. Ja. Wolfgang, du bist der Beste. Was ich auf Wolfgangsfahre und war nicht. 64.000 Euro. Das gibt's einfach nicht. Ohi, 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 ohi. Ah, herrlich. Jetzt, wo die Spannung gerade so gut ist. Noch drei Fragen und drei Joker. Ich werd verrückt. Das ist echt unfassbar. Ich muss leider sagen, ich würde am liebsten die Folge gerade cutten. Aber wenn man es schon am Montag was vorhaben, machen wir hier weiter. Wir machen das bis jetzt zur letzten Frage durch. Mal gucken, ob es noch zehn Minuten braucht oder fünf. Ist ja scheißegal. Wir machen das weiter. 125.000. Der Teenager Conor, als DJ Steve Square auch schon in Deutschland eine auflegte, ist der Sohn von Barack Obama, Tom Cruise, Jeffy Krav oder Madonna. Du hast immer noch den Sousa Joker und den Publikum Joker und den 50.50 Joker. Was ist falsch mit dir? Das Publikum hab ich ja auf höchstem Niveau geprüft. Wir nehmen das Publikum. Das ganze Publikum. Oder den Zusatz Joker. Erstmal das ganze Publikum. Bist du sicher, dass du diese Partie wieder so spielen willst? Wenn du jetzt den Sousa Joker nimmst, wirst du in jeden Fall eine Frage weiterkommen. Das kannst du dir nochmal so sagen. Die Frage ist, wirst du es jetzt wieder auf drei auslegen oder mit einem drei? Okay, wir nehmen den Zusatz Joker. Gut. Diesmal machen wir es ein bisschen schlauer. Wir wollen dich mal hochbringen. Ich würde dir ja auch die Millionen irgendwo mal gönnen. Also Zusatz Joker. Du willst sie doch nur wieder rausspielen. Nein. Du möchtest doch gerne den November als Rekordmonat machen. Unter anderem ja. Also normalerweise ist es ja schon im September. Warte, du willst den November zum Rekordmonat machen. Und deswegen werden wir jetzt nochmal so im September. Genau. Danach kommt D-Tember, mein Freund. Hab ich mir versprochen, Entschuldigung. Du hast September gesagt. So, eins bis sechs, wen willst du haben? Die vier. Die vier. Das ist dann nicht in dem Fall er hier. Der Chris Fan, 61 Jahre ist der Herr schon alt. Und 5% sicher, dass Abort B nur rechtlich sein kann, der Tom Cruise. Okay. Oh. Es ist schon ein bisschen niedriger, aber es ist immerhin eine Ansage für Abort B. Kann man da drauf vertrauen? Wir hatten bis jetzt noch keine Fehlerquote gehabt beim Zusatz Joker soweit. Und das, obwohl eigentlich bei diesen Prozentzahlen ein bisschen unsicher ein eingebaut sein sollte. Dann nehmen wir Tom Cruise. Okay. Damit mir das aufgeht mit den Jokern. That is what? Ja. B. Tom Cruise. Wie gerne hätte ich jetzt am liebsten eine Werbepause eingebaut. Aber da ich eine Werbung in diesem Spiel momentan habe und ich auch gesagt habe, das macht keiner. Machen wir es geradeaus weiter mit der richtigen Antwort. Ja. Wunderbar. Jetzt machst du es mir sehr spannend, weil es noch zwei Fragen zu Millionen sind und du noch genau zwei Joker hast. Und zwar zwei, die dir ziemlich den Arsch hätten können. Bild. 500.000 Euro. Was du mir jetzt vorwirfst. Ich bin gespannt. Wenn du mit zwei Joker und die Millionenfrage beantworten kannst, wäre natürlich umso lustiger. Ach, Mann. Wie viele Zacken haben die heute weltweit üblichen Kronkorken auf Bierflaschen? 19, 21, 23, 25. Das ist eine Miese Frage, weil da würde ich niemandem im Leben drauf achten bei sowas. Publikum und 50, 50, 50. Ja. Ich drehe mich jetzt nicht um. Weil du hinten eine Bierflasche stehen hast, oder was? Ja, ein Kronkork. Gut, dann bleibst du sitzen. Dann probierst du es. Aber wir nehmen... Publikum 50, 50. Dann nehmen wir erst mal das Publikum. Der Publikum sollte natürlich erst raus. Also, quasi fast die letzte Frage für diese Folge. Wie viele Zacken haben die heute weltweit üblichen Kronkorken auf Bierflaschen? 19, 21, 23 oder 25? 500.000. Selten wird das Publikum für diese Frage eingesetzt. Aber wir schauen mal. Überlegt, schreibst du die Kommentare, falls ihr sicher seid. Und alle anderen stimmen bitte mal jetzt ab. Ich bin sehr gespannt, was hier rauskommt. Und du? Mh, auch. 65% sagen Antwort A, 19. 15% sagen jeweils C und D. Und 5% sagen B, 21. Okay. 65% für eine solche Frage. Ja. Haben die alle keine Hobbys? Sind die auch noch mit? Sicher, sicher meinst du? Ja. Okay, wir hatten A und dann C und D. Auf einem Level. Dann 50, 50 bitte. Also, das Publikum ist jetzt nicht schuld. Es geht auch um viel Geld. Das wollte ich nicht sagen. Sind es 21 oder sind es 25? Das wäre so einfach. Der liegt hier. 15% sind für D gewesen. 5% für A. Du kannst jetzt alles riskieren in diese Antwort. Oder du verhältst das Geld. Das Spiel liegt jetzt komplett bei dir. Ich nehme die 21, B. Letzte Antwort. So, will ich das hören. So, wir sollen was auflösen. Möchtest du dich umdrehen und zählen? Nö, möchtest du auf. Ich habe nebenbei mal nicht nachgeschaut. So, 21 oder 25. Ja, wenn es richtig ist. Wenn es richtig ist. Kein Joker mehr. Das ist doch... Nee. Also, du hast die Spannung heute sehr, sehr hoch getrieben. Und ein Tempo. In einem Tempo von einer... Wir sind es bei 16 Minuten. Wir sind es bei 32 Minuten. Dennoch... Haben Kronenkorken tatsächlich immer... 21! Yes! Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Fantastisch. So. Ich glaube, heute ist... Ich hoffe, es ist dir heute gegönnt. Es ist dir heute hoffentlich gegönnt. Es ist dir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich gegönnt. Das wäre ein perfektes Folgenende mit der Frage. So. Nichtsdestotrotz, die 1-Millionen-Euro-Frage bleibt noch aus. Wir schauen uns das an. Die Millionen-Frage lautet... Ja, bitte jetzt. In welcher Großstadt wurde der parteilose Politiker Roland Medling 2005 Oberbürgermeister? Rostock? Erfurt? Lübeck? Mainz? 1-Millionen-Euro-Frage. 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 war klar dass so eine millionen frage kommt du hast bis jetzt aber verdammt gut glück gehabt und verdammt gut gespielt wo sind wir lassen so was wäre jetzt eine idee rostock vielleicht 1 weiß ich also lübeck kommen ja ich komme ja von jungen von hier oben ich komme ja von oben wir sind ja jetzt in köln also wenn es danach geht nach meiner sicherheit würde ich sofort sagen ich steig aus weil das ist mir aber ich kenne du hast fünfhunderttausend so oder so schon auf der liste stehen jetzt kannst du dich als nur die frage doppelt die 500.000 hast du ja bis jetzt als beste runde ja aber auch erfurt oder meinten sein das risiko ist bei dir aber ich sag ich wiederhole so oft wie oft ich meine muss man fast mitzählen vielleicht wird man zurückspulen weil das interesse haben spult mal alle folgen mit weiter zurück über den schock zählt mal wie oft er recht gehabt hätte ausgestiegen wäre oder wo den joker genommen hätte ich meine allgemein ich weiß ich weiß du hast du hast 500.000 schon gewonnen du hast 500.000 schon gewonnen so oder so das war ja nicht gestern das war ja heute ja das war heute in der folge auch aber ich weiß du willst die millionen ja gewinnen ich gebe dir keinen tipp ich sag dir nur lediglich aber die frage redaktion die frage redaktion lässt es ja nicht zu sonst hätte ich ja schon geantwortet alles was ich jetzt gerade sagen will ist so wie ich dich jetzt kenne wirst du bei dieser frage heute mal nicht aussteigen weil du weißt du 500.000 wo du so schon an der liste stehen hast stimmt das mehr oder weniger meine innerliche stimme die sagt und selber ich auch dass das ziel ist die million es ist einfach jetzt soweit weil es war so oft schon nicht der fall dass vorhin das hat mich natürlich ein bisschen gekränkt die erste runde war schmerzhaft über den namen und das joker rausgeballert von gestern das war ja natürlich auch wieder der das war die härte oberknaller das hat ja so geschichte wiederholt sich sagt man ja ist ja bei mir der fall ich steig aus ist es richtig ich steig aus ist es richtig nämlich das publikum es lag falsch wie war es eben das publikum lag falsch danke für die aufmerksamkeit also entweder ich nehme den joker falsch oder die wollen es mit naja ok es ging ja auch um 500.000 euro gerade und ob wir jetzt hier rostock nehmen bleibt ja noch eine frage ich sag nur die folge schon zwei minuten überlänger aber es ist mir egal mach weiter denkt macht ohne zeitdruck denkt weiter also wir wetten das früher ne ja das hier ist wenigstens eine folge mit überlänge mit qualität wegen diesen ähm wegen der zdf die frage von eben vorhin da wo ich glashaus drüber gestolpert bin das lag in dem sinne zusammen weil ich hatte irgendwie neulich bei youtube irgendwas über wetten dass gesehen und dann hatte ich dann noch irgendwie ein zdf video gesehen und irgendwie kam es davor das war das lustige jetzt will ich ja nicht lange um andere themen reden weil wir reden jetzt über diese frage genau 1 zu 3 also was was a b oder der das ok weißt du es nein was würdest du tun wird aussteigen ich habe eine million schon ich kann ich habe ich habe mal so eine frage ja wie sicher warst du dir wenn man 14 tagen der witz dabei war ja ich habe es die ganze zeit über ich hatte eine antwort im kopf gehabt das war diese bahnkonvergenz das habe ich gesagt am anfang also ich muss angefangen zu quatschen dann rede ich zwölf minuten da ich komme auf neue ideen schwank auf eine antwort um lese im nachhinein die erklärung davon wenn der antwort ums richtig war und es war absolut nichts mit meiner antwort zu tun hatte damit also insofern ich habe mich mit einer falschen erklärung du in der mich geredet ist richtige anzunehmen das war pures glück das hätte genauso gut schief gehen können weil ich das auf eine antwort auf antwort b drauf gesessen habe und dann auch die genommen habe ja gut was willst du hier bei den tränen das ist eine städte frage also ich mache es jetzt so wie es mal ein millionär im fernsehen gemacht hat jetzt bin ich gespannt ich bin jetzt schon nervös der sagte irgendwie mal ich will die million nehmen jetzt antwort warum bin ich nervös nicht nur du der trug ist bei mir auch gerade ich bin leicht wässrig kann man fast schon sagen nein auch nicht weil es geht in die richtung in der letzten sendung vom november die schon fast zwei folgen lang ist die doppel folge macht auch nichts stimmt die einschaltquote steigt ich will die million nicht in dem antwort a rostock letztes wort ja davor war den anderen anderen bei den nachbarn bescheid sagen es könnte also ist auch ein telefon doch was nehmen es könnte das ist auch mal bringen hoch den telefon doch kann oder nach uns zu sagen ich muss gleich laut werden danke kurz gefährlich werden könnte so jetzt habe ich ja gerade wenn du wenn ich in china habe ich schon die antwort kurz gesucht jetzt bin ich gespannt lübeck aber das wäre das erste mal das wäre für dich das erste mal glaube ich bei zwei millionäre und es geht noch zehn wochen weiter hier nach ja aber es ist das erste mal dass zweimal in einem monat und dann ja und auch das erste mal dass jemand anderes gewinnt ich kann schon mal eine sache bei dir bestätigen lübeck ist zurecht ausgeschlossen worden von vorne herein dann hast du noch erfurt und meint auf dem plan gehabt mit rostock zusammen so so hart wo weiter dir die stärkste tendenz bei in diesen teilen platziert von stärken von stark nach schwach stark natürlich dann hast du noch als b und d übrig gehabt dann würde ich mainz sagen und dann erfurt ok von süd also nach nord wieder hoch sind sie nach osten wieder hoch mainz ist aber auch falsch rostock oder erfurt das ist hier die frage für eine million in welcher großstadt wurde der parteilose politiker holand mädling 2005 oberbürgermeister du hast gesagt a rostock jetzt ist die spannung hoch und die richtige antwort ist rostock endlich geschafft wahnsinn wahnsinn endlich hast du es mal geschafft nach wie viel runden auch immer es waren gefühlt vier oder mit letzten folge fünf so glaube ich schon aber das hat wieder eine riesige spaß gemacht du hast jetzt quasi für diesen einen run eine folge und drei minuten gefahren also acht minuten dafür das ist sehr sehr beeindruckend für diesen rush für dieses durch rennen so glückwunsch dazu wir zwei auf dem ersten platz ich befürchte dass wir irgendwann am special diskutieren müssen im jackpot special wer hier das meiste gewinnen kann immer noch ich muss allerdings damit sagen dass das für heute gewesen ist diese folge ist inzwischen so lang wir sind bei dreiviertel stunde gleich dass wir eine doppel vorgemacht haben ab montag geht es weiter mit ein paar specials unter anderem ich muss dazu ankündigen jeden samstag werden wir so um ich muss sagen jeden samstag werden wir auf 7 8 uhr im abend die gameshow night machen dort werden wir meistens drei folgen produzieren oder mit dem chat zusammen alle spiele hätten jeder ist eingeladen dann nächste woche geht es in das studio zurück hier mit ein paar überarbeitungen vom design her und ansonsten wir haben jetzt diese straffel zwei millionäre bekommen in einem monat sogar und mal gucken was in den nächsten zehn wochen auf uns erwartet das war's für heute vielen dank fürs mitspielen dein job ist erledigt wir sehen uns nächste woche montag spätestens wieder ansonsten am samstagabend auf switch alles eingeladen dankeschön für zuschauen und bis samstag oder nächsten montag und tschüss schönen abend noch tschüss wer bestimmt kein kandidat mehr sein weil ich zu gut war so oh nice so 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 Untertitelung des ZDF, 2020